Musik Also von vorne aufsetzen, hinten runterziehen. So, jetzt wäre das klassische Beispiel, sie sitzt viel zu tief. Ja. Also mit dem Rand der Perücke zum natürlichen Karnsatz. Dann links, rechts einrichten und nochmal nachziehen. So, das Ganze möglichst locker hinfrisieren. Hinten auch, ja. Ja, ich fühle mich wohl. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020